Hallo, ich bin Arvid Bechtloff vom Auto aus Burmeister in Parchim und wenn ihr auf der Suche seid nach einem kompakten SUV, dann habe ich hier das perfekte Auto für euch und zwar, den haben wir gerade frisch reinbekommen, das ist ein Ford Eco Sport. Wie schon gesagt, das ist ein SUV, aber trotzdem ist er noch ein bisschen kompakter, der ist nicht so lang. Kommt jetzt in diesem Schmucken Grau Metallic, Ausstattungsvariante Titanium, also schon eine sehr hohe Ausstattung. Zu dem Fahrzeug selber, das ist diesmal die Automatikversion, kommt aus März 2019, hat jetzt knapp 23.000 Kilometer gelaufen, ist ein Benziner mit 125 PS. Also perfektes Auto für die Stadt, auch mal für den Wald, das ist ja ein SUV, das heißt der ist ein bisschen höher gelegt und man hat trotzdem noch gut Platz. Ich zeige euch das Auto von außen mal und danach gehe ich ins Auto rein, zeige euch da nochmal die Highlights und dann hoffe ich, dass ihr da einen guten Einblick bekommt. Steht aktuell auf diesen autofähigen Sommerrädern. Diesmal ein bisschen was anderes, ist ein Kontrast zu der grauen Farbe. Titanium Ausstattung, wir haben hier trotzdem unten am Schweller noch einen Steinschlagschutz, der ist jetzt schwarz gehalten. Sieht man nicht so doll den Unterschied zu dem Grau, aber ich sage mal, das ist trotzdem für den Lack und wenn man mal ins Gelände fährt oder dann ist es natürlich nochmal ein zusätzlicher Schutz. Wenn ihr das Modell EcoSport kennt, dann kennt ihr auch schon die Heckklappe, die geht zur Seite auf. Die, die es noch nicht kennen, man muss es wissen, EcoSport, man braucht nach hinten hin immer ein bisschen mehr Platz. Der Kofferraum trotzdem noch sehr funktional, wir haben einen doppelten Boden. Man sieht hier einfach noch ein kleines Ablagefach zum Beispiel für die Kombitasche, für ein Warnreieck oder kleine Gegenstände, die man nicht alltäglich braucht. Rücksitze sind wieder teilbar und separat umklappbar. Einmal zwei und einmal ein Sitz. Wir haben auch die Isofix Anschlüsse oder die Halterung für Kindersitze. Das heißt, selbst wenn man jetzt kleine Kinder hat, dann ist es kein Problem. Bei dem EcoSport, wir haben Parksensoren vorne und hinten und auch schon die Rückfahrkamera mit dabei. Das heißt, für das Einparken ist das natürlich perfekt. So, ich würde sagen, wir gehen mal rein ins Auto. Ich zeige euch da die Highlights und dann schauen wir weiter. Angekommen im Ford EcoSport. Hier drin, die Ausstellung ist natürlich auch hoch funktional. Wir haben hier den großen Display, wie man das schon kennt. Jetzt bei dem neuen Modell ist es aufgesteckt und ein bisschen mehr nach oben versetzt, um einfach den Blick nicht immer so weit runter von der Straße bewegen zu müssen, wenn man zum Beispiel auf das Navi guckt, wenn man in Richtung Bluetooth, wenn man sein Handy verbunden hat oder auch in Richtung Radio, wenn man dazu gange ist. Hatte ich ja schon erwähnt, das ist eine Automatik. Zusätzlich dazu haben wir noch die Schaltwippen am Lenkrad. Das ist ein Multifunktionslenkrad, wo einmal auf der linken Seite das Tempomat angeordnet ist, dann die Tasten für den Bordcomputer und auf der rechten Seite in Richtung Radio und Freisprecheinrichtung. Wir haben die Klimaautomatik. Das Winterpaket bedeutet Winterpaket 2 in diesem Falle mit Sitzheizung, Frontscheibenheizung und auch Lenkradheizung. Ist natürlich sehr angenehm, gerade wenn der Winter kommt. Wie im Lichtsensor, Regensensor, elektrische Spiegel, also verstellbar, anklappbar und beheizbar. Also wirklich das, was man sich bei so einem Auto wünscht. Mich hat es komplett überzeugt. Kommt gerne vorbei und überzeugt euch selber mal, weil das ist ein sehr spannendes Auto. Fährt sich sehr, sehr schön und bietet auf jeden Fall genügend Platz. Ich würde mich freuen, wenn ich euch hier mal sehen könnte und hier mal eine Probefahrt macht und bis dahin alles Gute. . Untertitelung des ZDF, 2020